Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einer weiteren Runde Feats the Beast Infinity Evolve Mit dabei ist der Streetiker 2 Einen wunderschönen guten hallo Und der Sora-Teilers Und ich jetzt hallo Und ich glaube das ist gerade die bei mir nervöseste Folge die ich je hatte Denn es geht an einen Fight gegen den Chaos Guardian Und natürlich habe ich auch natürlich da Und natürlich habe ich auch natürlich Ich merke es schon Natürlich, natürlich Bist du nervös? Hm Ich habe auch natürlich ein bisschen moralische Unterstützung geleistet Das heißt im Klartext die beiden haben schon Wetten abgesetzt, weil ich sterbe Nee eigentlich gar nicht, aber das könnten wir mal machen Das ist eine gute Idee Ja Okay, seid ihr bereit Leute? Ja, sind wir Ja Ich freue mich zum Chaos Guardian jetzt Ja jetzt bleibe ich mal ruhig sitzen Ohne dass ich irgendwas mache Ich werde schon hart beschossen hier Ich werde schon hart beschossen hier Ich warte bloß auf die Todesmeldung Ja bisher geht es Ich habe hier echt ein heißes Gefecht gerade Alter Das ist echt krass was hier abgeht Also ich stehe hier echt unter Dauerbeschuss Ja Hätten sie denken können beim Chaos machen oder? Ja ja das auf jeden Fall Aber der läuft jetzt ganz gut Boah alter Boah ganz ehrlich Scheiß mal auf den Enderdrach Das ist Ja Oh verdammt Super Wir haben 2 Uhr deswegen ist es ein Restart Du willst dich verarschen? Nein Du Nein kann ich nicht Ich kann ich Nee ich kann es nicht stoppen Ja ähm Dann bis gleich Bis gleich Äh Äh So was Ich glaub du bist So So Da sind wir wieder Jo Ähm Ja Weil sie Mehr zieht man schon Ich bin wieder bei mir zu Hause Ja Der Amster hat's Leider Nicht geschafft Durch den Server Neustart Hat Der Chaos Guardian Im Gekillt Ja So ein bisschen Ja Das ist nicht Äh Lotte Ja Da ist aber gerade ein Bug bei mir Ähm Welche? Meine Bonusherzen sind weg Äh Es kann sein dass du die dann einfach nur mal rausnehmen und wieder rein Nein 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 die sind überhaupt nicht da die sind natürlich mal dem Aber die sind komplett weg Die sind komplett weg Okay Ja nicht schlecht Okay das kann eigentlich nur ein Bug sein oder Ja Oder sehe ich das ist gerade falsch Ja Also ich schätze das ist ein Bug Mhm Okay dann vielleicht hätte ich mir die ganze neue Cheater oder Ja ist okay Ja So ich hab mir mittlerweile einen Computer aufgestellt hab den vernetzt mit dem Monitor und dem Reaktor Ja doch das müsste jetzt eigentlich hinhauen so und jetzt habe ich noch das Ding Ja ich hab mir wahrscheinlich nicht Ja Das brauch ich Ähm Warte keine Beste Okay Okay Hast du bin jetzt So ich hab sie wieder Beifügen Ähm Name Reaktor Konten Ne warte mal Ganz ähnlich ich verzuschüsse jetzt nochmal ich will ihn jetzt unbedingt besiegen Hehehe Und das wirklich nochmal machen ja Ja jetzt hab ich ja kein Server restart Ja okay Das sei denn du musst hier nochmal jetzt lächeln und so weiter ne Ist so leicht restart So eins brauch ich ja Okay Ich bin wieder jetzt Bin jetzt wieder bei ihm Okay dann nochmal Good luck Und ich werde schon sofort angegriffen 1x3 1x2 Minuten 2x2 Computer Okay das ist 4x3 4x3 Ups Naja 1x2 2x2 Hör 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 Alter da sind auch noch welche Hör Ähm Vielleicht sind 300 Hör Alter Ähm Hör Hör Ey ich kann mich hier kaum vorbewegen ne So hat er dich angegriffen So sehr schön Wow Ja sehr schön ne Ja Nee ich hab jetzt äh hier Reaktor Control Der ist im Moment offline Der hat 24% Okay gehen wir mal auf Tools und sie auch zu und 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 der kleine da hatte ich ein läuft ja im moment ich habe alle kristalle ich kann den schaden machen okay komm herr du kleines ja klein ist er mit sich ja nicht aber das ist ein roter ender woche schnell ich glaube ich mache mir noch mal 4 monitore ob da ist nämlich ein kleiner bug darin ein kleiner bucket ein kleiner bug wir wollen der jetzt immer das ist genau 2 wieder wird gehalten e e er hat echt ernsthaft so ein scheiß was Teilneuerern gesendet ja ja nein oh oh ja using dark-energy ist ja geil meine Rüstung war vorher weg der hat den kompletten kapital der gelutscht den kompletten 250 millionen kapital der gelutscht wundert sich also mich nicht ich hätte ich gedacht dass sie ausreicht normalerweise müsste der tanker nicht geladen sein auch mann wie brech ich noch mal bei computer kraft des programm ab was er fassen steuerung t oder so ich bin mir gar nicht genau sicher ne steuerung t ist es nicht also gut ok leute ja ich gehe jetzt wieder zu ihm wirklich krass weil der tank dürfte nicht geladen sein der dürfte immer noch jetzt den damit haben oder aber auch nicht sehen denn es ist ja bei der halbe ja ins Kassels er ist ein Moment genau ob er da lehrtet werden und und sie dich hat mich es ist richtig viel an uns vom computer kraft er ist wohl noch und wohl eher warum geht nicht alt der ist verdammt schnell auch nicht ach man eh alter hör auf die scheißteile so nee was hab ich denn jetzt gemacht 1000 neue Tabs aufgemacht ja super ich bin stolz auf dich jetzt komm her du kleine Drecks ne ich sprich's nicht aus ah terminate ist sehr schön Prozent um die Prozent sehr und dann nicht auf die Sto weiß es nicht Alter. Die sagt, er wird nervt. Der Lachen nervt. Die hat das auch. Ich wär du dich ruhig über Quevel weiter, ne? Ich hab grad den hättesten Kampf meines Lebens. Oh, das schaffst du schon. Ja, ja. Hier, Netzwerkkabel. Der ist Half-Life und der wird wieder geheilt. Warum funktioniert der Scheiß hier nicht? Oh, ne, oder? Oh, ne. Oh, ne. Ich in dieser Aufnahme wirst du noch sterben, du kleines Drecksviel. Und ich hab... Oh, der ist doch grad richtig. Mhm. Der hat grad vier oder fünf Stärke von mir gefressen. Ähm. Alter, der hat nämlich gerade festgenutzt. Da ist nicht... Oh, da sind wir nennen. Jetzt komm schon, es geht drauf. Also nur zur Info, wenn einer noch mal neun... Änstern brauchen, ne? Bei so einer Chaos-Insel für die Menge. Wir haben nur ein bisschen. Ich bin nicht bisher noch von 900.000 sind, ne? Ja. Ah, der hat nur noch... Ich kann da nicht drauf zugreifen. Das ist geil. Also ich glaub, meine Musik ist in dieser Folge echt überflüssig. Ich höre die ganze Zeit so viele Explosionen um mich herum. Ich glaub, man hört sie gar nicht. Ja. Läuft ja wunderbar hier bei mir. Alter, das ist ja hinter mir. Ach und bei dir? Ey, der wirft Enderperlen. Der hat Enderperlen geworfen. Der hat Enderperlen geschossen. Der hat Enderperlen geschossen. Aber ich hab' die Folge schon, die ist verstanden. Ja, ne? Oh, auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall. Boah, jetzt kommt er! Ach, eigentlich, danke für mich. Danke. Aber jetzt auch noch hier. Hey, sie. slaßen Sie denn? Naja, ich hab' die Bedeutung mir zu recht debtorabend gefragt, man will das auswählen oder aber auch klar geben. DU entendern. Nice. Ich flieg mal kurz rück zur Chaos Insel. Oh man eh. Alter. Da ist die Kleider Drix. Es kann nur einen Chaos Guardian geben. Oh wow. Klar. Ich hab keine Ruhe. Äh Gott hat die Komplexe oder so weiter? Nein. Natürlich nicht. Ja ihr könnt wieder ruhig weiter in Gott heißt der. Jo. Tschüssi. Tschüssi. Alter. Alter. Hihihi. Ähm. Ich glaub das ist echt die erste Aufnahme wo es ist hast du bei mir zuhause zu sein. Aber ich glaub ich bin auch sowas von vor dass ich diese scheiß Capacitor Bank geblockt. Boah. 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 weiß ich nicht mehr. Haut da rein bin wieder weg. Hau da rein bin wieder weg. Boah. 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 Hau da rein bin wieder weg. Boah. 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 so er hat wieder gefressen ich muss das wissen ich glaub das ist jetzt echt das letzte mal wo ich gegen den kämpfen muss das komische ist, das stirbst aber auch dann immer so komisch das ist einfach so club one hit oh 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 ok items ich will kaum warte erstmal nochmal gucken ja doch namen müsst ihr eigentlich noch anpasst alter ich bin schon wieder geportet worden fick dich swing jetzt duck das ja und das auch ok im wundern dass ich den mit mache der ist wieder protected wer found monitor as index 1 attaches das muss hier da gewesen sein found big reactor ah und da auch noch index 1 attaches big reactor 3 jetzt komm her du weißt dass es zu Ende ist ok ja also ganz ehrlich ja meines erachtens bester bossfight in minecraft ja also ganz ehrlich ich würde schon wieder geportet ich würde es können stimmen es ist ein der ist an es ist ein der ist an nein einer von 1 okay ich komme einfach nicht an den ran ja er ist er ist verdammt verdammt schnell hast du dich auch schon mal gesehen ja ja halb halb nein der ist gerade auf mich zugeflogen hm 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 ok jetzt geht es ja so der Zielaktiv und ist der Monit so er ist schade dass ich jetzt nicht damit steuern kann das ist es doch zum Mäuse melden hm ich kenne das Gefühl hm hm ja hm 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 ich mach dem grad keinem damage mehr ich weiß auch nicht wieso ja ähm 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 bis ja fatale error oh ja ist nur für Bindung terminiert ah ok ah Hammer nice Material is in you ich habe gerade das Schadbuch bekommen ha 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 geil oh ne quatsch du kommst da nicht rein du kommst ja komm pack mal erst mal da rein wenn das jetzt funktioniert dann bin ich happy ich war froh weil dieser scheiß dache stirbt das kann ich mir gut vorstellen ich glaube das kann auch echt noch bis zum ende der folge dauern ja also die folge geht ungefähr noch elf minuten bis dahin habe ich dann vielleicht auch mal meinen reaktor am laufen und im gescheiten programm okay bin wieder weg warte mal wer wieder da ist und wie geht man den fps hat der ein bisschen runter er hat doch irgendwie nur noch so ein furz im leben lass das enthüfte oder so sein das ist das ist toll und alter so schnell kann er doch nicht ich weiß nicht was da los ist der zündet sich so schnell wie der ant gerade okay da ist er schon wieder geportet das kann es doch nicht sein dass er so geportet kann und hier da 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 das ist ich nehme da 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 bin da 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 das wenn sie nicht sagen muss hier vor derzeit das ist ein witz gegen das hier Ja, ja, ja. Nein, er ist entkommen. Oh, der hat wieder geschluckt. Samo, Mann, ey. Also, Weed und Kletcher sind da. Jetzt wird er jetzt nicht drauf. Ey. Jetzt geh schon drauf. Ah, okay. Energie ist leer. Attacke. Ja, super. Jetzt hab ich bloß eine Anzeige. Sag sie mal. Okay, ich geh gleich wieder nochmal drauf. Hä? Ich werd gleich nochmal drauf gemeint. Ich hab das jetzt halt hier. Hä? Oh. Ich sollte vielleicht die Energie auch einschalten. Ich voll rock. Wenn du möchtest. Ja. Ich kann das gut tun. Ja. Also, ich sag, soweit funktioniert alles. Perfekt. Ja, ich bin die momentan tot. Boah, leg mich im Arsch. Okay. Und wieder Verteidiger. Jetzt schon bis. Ja komm, dann lass es doch erstmal. Nein, der ist jetzt so kurz vorm sterben. Das müsst ihr dir einfach mal in der Folge ansehen, wenn sie draußen ist. Der ist so kurz vorm Tod. Das ist unglaublich. Komm. Edit. Komm. Ey, aber Klaus. Ich hab schon ganz ehrlich gedacht, der Gaia Guardian wäre OP. Ja. Ja. Ich glaub, der ist echt ein Witz dagegen. Dann macht mir doch nicht das Fett dazu. Oder kaputt, ihr Drecksäcke. Gut. Ich probier's jetzt nochmal. Ich versuch jetzt nochmal ein Programm zu finden. Was ich dann eventuell nutzen kann. Ja? Ja, have fun. Ich geh dann mal wieder zurück, ne? Ja, good luck. Chaos Guardian. So, was ist das denn? Ähm. Also, pick me up and clear around town. My perfect computer. So, jetzt kommt schon. Ich glaub, ganz ehrlich, da braucht man noch 3 oder 4 Schläge. Dann ist der tot. Glaubst du wirklich dran? Ähm, ja. Und? Ich versuch's jetzt mal im unterhaltenen Booster in Praktik. Der falsche. Älter was, ich schreib da nicht gut zu summer. Ja. Das ist gut, wir supportet. Ja, dann ist er. Source Code, okay. Den brauch ich jetzt noch nicht. Okay. Na? 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 Ich hab ihn bald. Ja? Jetzt ist nur noch 2 Ställe. Der müsste jetzt theoretisch abkommen. Naja, ich mach ihm wieder Damage. Drück dir auf jeden Fall mal die Daumen. Ja, ich auch. Wir haben jetzt schon wieder neue Crystals. Ich probier's nochmal mit dem Code, den ich da anfasse. Also, tier. Wichtig. Es ist alles abgedeckt. Wir haben zu befall 1. Was ist die Output? Okay. 3x3, haben wir das? 3x3, ist da. Oh, alles. So, gut. 3x3. Das Problem ist, ich würde euch gerne um Hilfe bitten, aber das könnt ihr nicht. Nee, können wir nicht. Weil die würde sofort aufgehen. Nee, nicht. Wo war mit der Welt an? Oh man eh. Wo ist denn jetzt das Poppel hier? Ja, dann können wir gleich in Ruhe schauen. Ja, also. Ah, okay. Wunderbar, er zieht's raus. Ja, damit hätte ich mal geschafft, das Feld zu automatisieren. Ja, sehr schön. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Lissi, wo bist du hin? Warte. Ich hab den Dach in Lissi übrigens getauft. Was hast du? Ich hab den Dach in Lissi getauft. Lissi. Okay. Hä? Ah, da bist du. Boah, Lissi, jetzt hör auf die Kasteteile wieder anzumachen. Das kann's nicht sein, wie ein Handling der Gegenende wird. Ja. Ja. Boah, was ist das schon wieder? Äh, Dosch? Ja? Wie kann es eigentlich sein, dass du 64 Herzen hast? Und das ist die Korte? Äh, ich hab einen Goldapfel. Absorption. Ah. Oh. Das kann's nicht sein. Das kann jetzt echt nicht sein. Doch. Komm, ich mach jetzt mal zwei OP-Goldapfel. Irgendwie will das Computerprogramm nicht laufen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie will der Drache nicht sterben. Und ich weiß nicht warum. Es ist sogar wirklich so. Ich hab keine Ahnung wieso. Mann, er, aber das ist jetzt auch wieder so ne, so ne, ja. Kack. Ne, bei dir läuft's nicht richtig, bei mir läuft's nicht richtig. Mhm. Bei mir ist sogar schlimmer als bei dir. Ich sterbe, und du? Ja, ich nicht. Ich hab da so ein paar NATO-Erfahrungen mittlerweile. Oh Mann, ey. Ich bin grad ins Essen brechen. Ach, du auch? Ja. Noch zwei Minuten ab die Folge. So. Okay. Ah, das könnte gefährlich werden. Ich glaube aber nicht, dass ich es so schaffen werde. Ey, ich hab meine ganze Capacetta-Bank jetzt sehr gut. Ja. Ist so, ne? Mhm. Na. Boah. Boah. Jetzt hab ich sogar schon ein Schwein bei mir im Reaktorhaus. Ist ja geil. Ach so, was bei dir zu Besuch? Oh. 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 Okay, ich versuch's im letztes Mal. Ja. Okay. Ich versuch's im letztes Mal. Okay. Da wird alles drin. Der zeigt alles richtig an, aber ich kann da nicht drauf zugreifen. Warum nicht? Wo ist der Drache? Rechtsklick geht nicht, linksklick, shift auch nicht. Ähm. 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 Der Drache ist weg. Wie jetzt weg? Ich find den nicht. Ähm. Hä? Im Chat stand aber auch nix, dass ich den besiegt hätte oder so, oder? Ne. Ne, steht nicht. Ich hab keine Ahnung, wo bei dem der Nachricht kommt. So. Edit. Config. Heißt das? Gut, da warte ich jetzt einfach mal, ob das nachgelöst ist, außer wie der fällt. Dann guck ich mich dann um den Rest. So. Ähm. Darf ich das jetzt so akzeptieren, dass er besiegt ist, oder? Hast du was bekommen? Nein, aber ich kann hier frei rumrufen. Ich werde nicht mehr angegriffen. Äh. Oh. Hm. Das kann man jetzt eigentlich mal ganz leicht testen. 2.3 ist Autopower. Hallo. Okay, ich bin in dem... Ich bin im Inneren von der Chaos-Insel. Okay. Reicht den Chaos-Kuss-Zahl. So. Save. Exit. Reicht den Chaos-Kuss-Zahl. Save. Preboot. Ich brauche mir jede Menge davon. Ups. Das war die falsche Taste. Ne, der Dach ist aber... Irgendwie ist das ganz komisch hier mit der Anzeige. Der Dach ist noch nicht offiziell besiegt. Ich kann den Kristall nicht abbauen. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Naja gut. Will einer von euch auch moderieren. Ich bin ganz so deprimiert. Ja, okay. Gut. Tut mir leid für die, ja, etwas chaotische Folge. Dosh hat's leider nicht geschafft. Ich hab auch den Computer nicht so laufen bekommen. Was Zora nicht geschafft hat, wissen wir alle. Ähm. Alles. Ja, es wird langsam. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen gehabt euch wohl. Haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Okay, ich hab den Chaos-Kartier gerade wiedergefunden und ich bin gerade wieder im Kampf gegen ihn. Und dieses Mal sieht das relativ gut aus. Äh, noch weniger live als vorher. Oh. Wir bringen dir ja trotzdem noch weiter in die Daumen. Jo. Definitiv. Jo. Also die anderen beiden sind gerade nicht mehr in der Aufnahme. Das ist jetzt gerade normal nur noch bei mir eine Explosivaufnahme, kannst du sagen. Ach, das gibt's doch nicht. Warum läuft denn der jetzt nicht mehr? Oh, jetzt komm schon, komm schon. Der hat doch Energie. Ja. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Alter, hast du mich jetzt erschreckt. Ich hab den Motherfucking Chaos Guardian besiegt. Ja. Oh, geht's jetzt. Äh, wo ist? Äh, wo ist? Äh, wo ist? Die ist okay. So, jetzt wird's. Alter, ich bin Level 100, 200. Jetzt kommt das Gefährliche, ich kann den Chaos Quistel abbauen. Okay. Ich hab vier Chaos Quistel. Ich muss ja so schnell wie ein Buch raus. Das ist sauber. Ja, jetzt ist das Gefährliche. Die Chaos Insel explodiert. Okay. Äh, dieses Gewackel gerade kommt nicht von mir, das ist die Chaos Insel. Und zwar, jetzt seht ihr den gleichen Effekt, was passieren kann, wenn ein Blackonic Evolution Reaktor hochgeht. Ich bin jetzt hier gerade in Sicherheit, ich kann jetzt hier gerade anschauen. Alter, ich hab vier Chaos Schatz. Das ist wirklich die... Und, es geht los. Das könnte gerade bei euch schlägen, ne? Äh, bei mir ist alles gut. Ja, bei mir auch. Ja. Die komplette Chaos Insel ist verschwunden. Ja, saugeil. Boah, leg mich am Arsch. Ich hab's doch noch geschafft. Boah. Und gar nicht knapp. Ich hatte nur noch... Von 52 Millionen in der F hatte ich nur noch... 9,5 Millionen in der F, also 9,05 Millionen in der F. Ja, das geht ja eigentlich noch. Gut. Also in diesem Sende dann ist es auch nochmal bei mir. Jetzt mal ein komplettes Ende. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik. Alles in die Kommentare. Schaut bei den beiden vorbei, bei den lieben Street Digga und bei den lieben Sora Timers. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.